Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest, together mit Freddy und seinem Busen, der seit vier oder fünf Parts gleich aussieht. Ich hatte im letzten Part eine andere, es sind kurz an. Ja, aber die habe ich nicht aufgenommen. Doch hast du. Nein. Nicht in der Nahaufnahme. Ja, das war gut so. Das geht noch eine Ebene runter, okay. Ich dachte, wir kommen jetzt raus. Ebene von... Ah, das sind viel zu viele Ebene. Ich habe doch gesagt, Ebenen, fünf Ebenen. Eine hätte gereicht, eine hätte gereicht. Nein. Ähm, da liegt was für dich, Kledermausstern. Sag ich ja. Würde ich hier alle verarschen? So, hauen wir erst mal die Urähnhälen vor da. Das ist meine Holzenfalle. Ja, habe ich gesehen, weil sie Schutz von mir kriegt. Ich liebe meine Klasse, die hat so schöne Teile. Okay, eine Brandfalle. Noch eine Brandfalle. Okay, eine Brandfalle. Eine Bralle? Äh, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Komm mit. Ach, das ist ja noch was, stimmt. Gibt es denn beide Seiten rein? Ich glaube schon. Nein. Sicher? Ziemlich. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, wo man rauskommt. Ja, hier kommt man gar nicht durch. Du wirst uns dahin, äh, cheaten. Wallhack. Ja. Oder einfach wie bei TTT, der Server laggt zu sehr, du kannst durch alle Kisten gehen. Okay. Auf geht's, YOLO. YOLO's Wax, 2-Hair-Kipster. Der ist nicht besonders stark. Alter, ich meine, ich mache seine Skelette One-Hit. Komm, ich lenke ihn ab, du machst Damage. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Ach so, ja, weil ich auch so viel Damage-Tote mache. Ach, scheiße, ist ja ein Untoter, ne? Also, ich sage jetzt nicht, dass ich wenig, also, ich töte ihn ja schon ganz gut, wie du siehst. Wie wär's, ich lenke ihn ab, und du töltest ihn. Wie wär's, wenn du lenkst ihn wirklich ab? Mach ich doch gerade. Heißt doch, töten wir einfach... Jetzt, wir klopfen einfach beide drauf. Ja, ist so. Ich sterb's ja fast, aber egal, YOLO. Ich auch, zu Todes viel Schaden. Bukamarsch, ein giftiger Ruhnstab. Was bist du denn für die Missgeburt? Ahoi. Irak, das macht was für dich. Weil ja auch in der königlichen Truhe dich komplett gelootet hab. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich hab' keine Platz mehr. Ich hab' drei kleine Kästen gelootet. Dein Gepäck ist voll. Wir haben irgendeine Halskette bekommen. Die voll geil ist. Ernsthaft? Hast du auch eine bekommen, grauenvolle Halskette? Ähm, wie sieht die aus? Ja, hab ich. Alter, ist die heftig, ey. 38 Blutungsschaden, 21 Kälteschaden, 92 Lebenskraftschaden. Okay, meines ist ein bisschen anders. 76 Blutungsschaden, 15 Kälteschaden, 52 Lebenskraftschaden, 12 Intelligenz, 12 Energie. Ja, das sagst du zum Beispiel gar nicht. Dann lässt du es kurz in die Stadt gehen und verkaufen. Ja, weil es nur Prozent, ne? Warte mal, anlegen. Äh. Dann hab ich keinen Begleiterschaden, dann hab ich keinen Lebenskraftschaden mit dem Begleiter. Ja, aber du hast ja Lebenskraftschaden. Ich weiß, ob du jetzt zweimal 5 hast oder einmal 50. 15. Geheimnisvoller Krieg, der Orden des Projekts. Hattest du mit dem Spasti schon geredet? Ja. Gut. Dem euch haben wir die Halskette bekommen. Atheen. Guck mal. Hört man das bei dir? Was? Man kauen. Äh, die verzaurte Perlen, die sollt ihr ja nicht verkaufen, weil die grünen sind. Ich habe die besten Waren in ganz Atheen. Du hast mir doch mal diese Perlen angegeben, diese... Und du meinst, die soll ich nicht verkaufen, weil die grünen sind. Ach ja, die grünen, die sind auch ziemlich gut. Ja, aber soll ich dir das verkaufen? Ich meine, die lohnt sich nicht mehr. Mach halt, wenn du willst. Bei ein bisschen Cash, ne? Mhm. Cash, 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 Cash. Man, die grünen. Was? Willst du jetzt eigentlich die, ähm, Armschen haben mit 38 Rüstung? Na, schon. Äh, plus 1 für alle Fertigkeiten und so und das. Boah, nee, nee, danke. Ich habe gerade welche gekriegt, 33 Rüstung, plus 17 Rüstung. Nee, ist ein Helm. Okay, das ist doch schön. Alter. Der ist ja todesgut, ey. Also willst du, willst du jetzt halt, ich gebe sie dir einfach. Ja, danke. Ich entscheide, ob du nimmst. Dadurch habe ich jetzt weniger Geschicklichkeit leider. Jetzt mal was du denkst und, äh, schmied mal meine Sachen zusammen, die ich habe. Mach mal. Ähm, Ring mit 3 Stärke. Licht. Ähm, Blitzwiderstand, Blitzwiderstand, Siebenfeuerwiderstand. Siebenfeuerwiderstand. Dann war ich das hier schon mal nicht mehr. Es wird scheiß auf Schaden, ich gehe jetzt mit dem Haarschaden. Gesundheitstregel. Soll ich 50% Gesundheitstregelation nehmen oder 11 Geschicklichkeit und 57 Energie? Worum geht's? Äh, Armschienen. Und, äh, die einen haben 44 Rüstung, die mit Geschicklichkeit und die mit Gesundheitstregelation haben 40 Rüstung. Weiß nicht. Auch nicht. Glaub ich halt meine, weil ich Gesundheitstregelation haben will. Alter, ich würde zu trocken, dass wir nicht Geschicklichkeit mit so ne Scheiße haben. Wir brauchen nur bis noch einen Flair-Mustern, haben wir Flair-Mustern fertig. Ja, warte. Hab ich, ne, hab ich nicht, okay. Ähm, ich fühle mich auch nicht. Bei Hermes und Isis, willkommen! Halt die Schnauze. Ich hab schon wieder ne, ähm, Herakles-Macht fertig. Was bringt Herakles-Macht? Stärke. 12 Stärke plus und 95 Leben. Naja, lohnt sich nicht, oder? Hast du irgendwo reinzuspielen, hast du irgendwelche guten, äh, Waffen, äh, so irgendwas, was hier meine Waffen spielen könnte? Warte mal. Genau, das Ding bringt Schaden. Ähm... Irgendwas mit Giftschaden oder Feuerschaden. Kann alle Waffen verzaubern. 5 Schaden und 12 Angriffsgeschwindigkeit. Und 1 bis 4 Schaden. Was ist das? Ähm, Ring und Amulette. Moment, nur Bögen. Alle Waffen 36 Verbrennungsschaden Für 3 Sekunden Plus 9% Feuerschaden Und 50% Schaden gegen Dämonen Und was war das mit Angriffsgeschwindigkeit? Das war Achilles Tapferkeit Hast du das? Wie oft hast du das? Einmal Ist das fertig? Ja, ich würde dir aber eher die Prometheus Flamme empfehlen Weil die macht auch noch 50% Schaden gegen Dämonen Und weil du die zweimal hast? Nein, die habe ich einmal Prometheus Flamme haben wir erst einmal? Keine Ahnung, oder so Dann habe ich noch Warte mal Das verzaubert auf Waffen Plus 9% Blitzschaden 3-21 Blitzschaden Bonusvervollständigst gelegt 1-4 Kälteschaden Und nochmal Achilles Warte, das Schilde Rüstung Eine Rüstung ist nicht so gut Ich würde gerne meine Waffen verzaubern Ja, egal, dann gib mir einfach das Feuerteil Feuer ist chillig Okay, gut, dann gönne ich mir Äh, Achilles Tapferkeit Mensch Ich werde eh lange Zeit nichts Besseres finden Ich schmisch dann auch meine Blaubau vor dieser Aufzunehmen Wieso kann ich die verzaubern? Man kann die aber nicht rausschmieden wieder, oder? Okay, man kann episch und legendäre Relikte nicht schmieden Ich kann meine Dings schmieden Du brauchst deine Karabane, was? Ach ne, Moment, ich hab's auf mein... Naja, es ist auf mein grünes Automatsch gegangen Ja Ich bewahre deine Sachen sicher auch Ja Egal, trotzdem Oh, guck mal Guck mal Moment Was denn, der Hund? Mhm Will ich was zu essen kaufen? Ich kaufe einmal den kompletten Stand Da wird der Hund aber traurig sein Warum? Der kriegt das ganze Essen doch Gut Will der Hund was zu essen haben? Ja, will er Ja, ich kaufe sie die ganze Stand leer Achso, okay So Hey Freddy Ja? Ich hab 13 Abonnenten Läuft bei dir Fuck, kannst du dir vorstellen, wie mich das freut? Gar nicht Todes Was seid ihr denn für Menschen hier? Das sind die Leute vom Orden des Prometheus Was für... Was sind das für Menschen? Und sag mal, wo rauskommen Nicht da, wo ich dachte Haufen von Athen Ich dachte, wir kommen wollen noch raus Was ist das für die perfekten Robotern? Nein Wir müssen hier unten ein Lächeln im Schiff steigen Das will ich aber nicht Geht hier nach oben? Das sieht so aus, wenn es hier durchgeht Schock der meiner Brüder Gefechtsbogen Ja, ich wollte... Du hast... Du hast dich schon blauen? Ich schätze, was schon das kaufst Komm, ich hab jetzt nur einen blauen Bogen, ein blaues Schild und einen blauen Speer Ich hab ne grüne Rüstung Ein grünes, äh, ein grün Dolch, ein blaues Schwert War hier oben noch irgendwas? Hallo Hier ist der Hafenmeister Ja, aber wir wollen ja nicht weiter Ja, wir müssen noch nach oben Okay, Moment Keks Ähm, wenn ich euch übrigens was empfehlen kann Dann sind das Bacon Rolls Bacon Rolls? Was ist das? Hört sich gut an Boah, das sind diese... Das sind so Baguette sozusagen, aufgeschnitten In irgendwas mariniert Und richtig knusprig Die sind so geil Die sind richtig geil Ja, nicht was da fehlen kann, Apfelsaft Ja Aber bitte welchen von Ballentines Wenn ihr das nicht kennt, Ballentines Apfelsaft ist wirklich der beste Apfelsaft, den es auf der Welt gibt Naja, er ist gut Und er ist für den, für den Preis, also für den Preis-Leistung ist er ja super Ja Äh, aber nochmal eine kurze Frage, äh, wir haben immer noch die Spantan-Aquest Ja Nach dem Part Ja, zur Kenntnis genommen Nach dem Part Wir wollen damit auch nicht unsere Zuschauer langweilen Ferdros hat dich geschickt? Du bist die Person, die er nach Knossos schickt? Dieses Schiff ist so schnell wie das schnellste griechische... Okay Wir können es natürlich auch aufnehmen In vierfachem Speed-Up spielen Und Benny Hill-Musik drunter legen Was? Kennst du Benny Hill nicht? Ich habe jetzt einfach Ja gedrückt, war das falsch? Nein, wir sind jetzt nach Knossos gereist Strand von Knossos Wollen wir es so machen? Was? Ja, das halt alles aufnehmen und, ähm, in zehnfachem Speed oder so machen und dann Benny Hill-Musik drunter legen Ich weiß erst nicht, was Benny Hill ist und zweitens, wieso sollten wir? Äh, irgendwie, aber, ne, ich hab kein Insta-Batt-Insta-Button mehr drauf Ähm, Benny Hill ist richtig lustig Na, warum sollt ihr das machen? Hm, weiß nicht, um große YouTuber zu faken Weil ich das lustig finde, Benny Hill-Musik ist schon die beste Und dann auch noch Ja, aber wie sollten wir das vorspulen alles? Weil es todeslangweilig ist? Das ist todesspannend, wie wollen wir solche Labyrinth kommen Die Biester haben Klauen und Cäsar! In dem Labyrinth gibt's aber, in dem Labyrinth gibt's nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes Ich weiß es nicht Hier gibt es Orange für sieben und halb Aber kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? Million? Und Königsblau für sieben und halb und lila für zwölf Wie viel Kneter hast du? Äh, 628.000 Alter, Hauptsache, du hast fast doppelt so viel, äh, fast 100.000 mehr als ich Ja, ich lute auch ein bisschen mehr und verkauf auch tolle Sachen Und stirbst nicht so oft Beehre mich bald wieder Wo müssen wir lang nach rechts oder nach links? Wir müssen nach oben Ja, lass uns erst mal nach rechts gehen, lass ein Brunnen Ein brutal ist doch auch Ein brutal habe ich schon Nein, nicht Ich weiß nicht, ich war ja wie noch da, müssen wir nach rechts Ich wette, hier geht's gar nicht weiter, doch hier geht's auch weiter Ich lasse es, wo es zwei Richtungen gibt Lass uns erst mal links oben gehen. Wenn es einen Brunnen gibt, muss es weitergehen. So, das ist einfach der Brunnen von der Stadt. Und da war ich schon so platziert. So. Okay, hier ist nur ein Hafen. Ein weiterer. Und da oben ist ein Brunnen, den man schon sieht. Und was ist links? Da noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch ein paar Gegner, glaube ich. Ach, hier ist der Steinzentauer. Nein, der Stein, ähm... Minotaur. Minotaur, ja genau. Kann man den essen? Bestimmt. Bisschen körnig vielleicht. Macht er irgendwas oder du bist komplett nutzlos? Sieht schön aus. Ja? Sieht schön aus. Guten Tag. Ich hab's immer nicht verstanden. Sieht schön aus. Ach so. Ich hab nur schön aus verstanden, weil... TS halt. Schön aus, schön aus, schön aus. Reise mit leichtem Gepäck. Schnauze. Lass uns erst mal... Okay, ist ein Arpion. Ja, wir brauchen ja rein ins Gefieder noch. Ja, willst du dir auch ein Blattlied machen? Das beste Artefakt der Welt. Gibt's halt, ne? Für bacon golds essen. Übrigens wirklich, das ist todeslecker. Trinke gold. Ich kriege gerade so einen leichten Tunnelblick. Ja, und das ist noch ein Crest anscheinend. Ich hatte keinen Tunnelblick. Nein. Du hast einen Abfilsaftblick. Ich hab übrigens die ganze Zeit auf dem Rückweg den Fisch auf Dauerschleife gehört. So musst du es. Hast du auch noch nie? Lass ein Bossmonster. Ja, hab ich. Ah, fuck. Starkes Bossmonster, wow. So good. Ich hab noch nicht auf mein Leben geachtet. Ich mach jetzt, äh, dreimal Damage over time. Durch Feuer, durch Blut und durch, äh, Gift. Nice. Das heißt, du musst eigentlich Gegner nur anhütteln, muss dann weglaufen. Was? Eigentlich muss ich Gegner nur noch anhütteln und dann weglaufen. Ja. So wie es eigentlich geplant ist auch bei dir. Ja, aber das ist langweilig. Das macht keinen Spaß. Oh nein, keine Katzenmünchen. Wer war das nochmal, you're fucking crazy cat? Miltons. Miltons. It's a crime-solving cat. Miltons, you're fucking crazy cat. You're crazy fucking cat. Jetzt hab ich wieder 950 Leben, manchmal versteh ich die Welt nicht. Ja, jetzt hast du auch wieder Dings. Ja, jetzt wird mir auch wieder angezeigt. Ich weiß nicht, warum vorher nicht war. Wo du das vorher nicht verdient hattest. Das war's. Wie du auch wirklich jedes Mal jeden Schrein mitnimmst. Die beschreiten, das weißt du genau. Ja. Na, du könntest einen Heel vertragen, sehe ich gerade. Ja, ich hab mich nicht geheilt. Weil ich die ganze Zeit auf meine Skills geachtet habe. Und dann habe ich nicht drauf geachtet auf mein Leben und dann bin ich fast gestorben. Okay. Oh, jetzt. Immer wenn du Schaden bekommst, denke ich, du stirbst gerade. Das hört sich mal so an. Ernsthaft? Ja, so. Das hört sich so fast tot an. Hörst du mein Spiel? Nein, aber bei mir. Okay, hab ich zum Beispiel nicht bei dir. Wie hier überall diese Monolithen rumstehen. Die sind doch schön. Wunderlich schön. Ich hab Bock, Sport zu let's playen. Ja, und dann hast du nach zwei Parts wieder keinen Bock. Ich hatte Bock jetzt zu let's playen, nur es war todes unsynchron. Deshalb musste ich diese... Das ist doch einfach gelöscht, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Okay. Da hab ich mir nur eine Thrustversion runtergeladen. Hab es gepatcht, nämlich. Wo bist du langgelaufen? Hä? Wo bist du langgelaufen? Ja, ich bin einfach direkt, wo wir rauskommen, so nach rechts gegangen, einen Schritt. Du gehst natürlich zwei Kilometer nach links, natürlich. Ich hab ein Gegner. Ich würde müssen, die Joden geht, glaube ich, weiter. Ich glaube, wir müssen in die Höhle rein. Ich sterbe übrigens gerade. Hab ich gemacht, übertrieben, viel Schaden gegen mich. Ja, Blitzschaden. Ich vertrage auch kaum Elementschaden und so weiter. Also ich vertrage allgemein ja gar nichts, aber... Elementschaden ist halt besonders schlimm. Ich glaube, unten über die Brücke geht's weiter, weil da unten ist ein Brunnen. Lass den Brunnen... Ach ja, stimmt. Ja, dann lass das mal in die Höhle reingehen. Ich gucke mal nach, welcher Brunnen das ist. Moment, hier geht gar nicht weiter. Wir müssen nur runter. Da hast du eine Wand nur. Jupp, stimmt. Aber hier rechts geht nicht weiter. Nee, da war ich schon. Ach so. Ach, du bist dann schon einen Schritt nach rechts gegangen. Ja, ich bin einen Schritt nach rechts gegangen. Da waren die Gegner da. Und dann hab ich schon das Ende da gesehen. Und eben gerade bin ich dann herumgelaufen, hab geguckt, ob da was ist. Wie gesagt, steht man da wohlst du vielleicht da, bis es kaputt geht? Weiß ich nicht. Ich zeig jetzt übrigens mit einer Hand, weil ich nebenbei ist, ne? Auf damit. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Oder wenn ich einfach mal meine Skills nicht aktivieren kann? Oder erst, wenn alle Gegner tot sind? Ich bin ja fast deswegen gestorben, übrigens. Wodurch? Leidig, dass ich meine Hand nicht aufhebe. Ich habe die Taschenhaut. Tut mir übrigens leid, wenn man mir meine Aufnahme essen hat. Tut es mir eigentlich gar nicht. Schöpfe, das ist ziemlich gut. Das schmeckt so gut. Wir haben Katze nicht so viel Gold mit. Oder allgemein die Klinge nach. Ich habe gerade Daps, die Lacks und mein PC arbeitet gerade, froh, das laut. Wir möchten hier. Alter. Junge, was ist denn los? Brauchst du einen Tritt? Oh, okay, okay, das war unnütz. Der Part bringt es vorbei. Okay, na. Gut, dann können wir eben noch diese... And then. And then. And then. Ja, genau. Gehen zum Brunnen und hören auf. Oder wir hören jetzt auf und gehen wieder zum Brunnen. Wir starten eben. Oder wir gehen einfach zum Brunnen. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ja, mir auch. Und ich hoffe, man sieht dich das nächste Mal wieder. Nicht so wie mal keinen Klick, mal sieben Klicks und so weiter. Egal. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.